Und jetzt kommt das aktuell meistverkaufte Produkt aus unseren Online-Charts. Ja, schön, dass Sie dabei sind beim Online-Bestseller des Tages. Wir möchten Ihnen tagesaktuell immer mal wieder vorstellen, was denn jetzt gerade online am meisten bestellt wird. Also über Pearl.de oder über Amazon. Und natürlich, saison- und wetterbedingt kommt genau das hier raus. Was im ersten Moment eigentlich aussieht wie ein umgekippter Sonnenschirm, ist natürlich ein Sonnenschirm mit zwei Meter Reichweite, den ich überall einstecken kann, mit dem Spieß. Aber es ist auch gleichzeitig eine Strandmuschel. Denn jetzt sehen wir gleich mal einen Unterschied hier an den Kanten. Hier haben wir praktisch Seitenwände. Die Heringe dazu sind wie bei einem Zelt auch dabei. Und wenn man da eben sich Sonnenschutz aufbauen möchte, kann man das. Ganz wichtig ist bei diesem Sonnenschirm, dass er UV-Schutz 50 plus hat. Also auch die UV-Strahlungen gehen eben nicht durch. Man baut sich hier praktisch eine kleine Schatteninsel auf, hat dann, wenn es mal Luftschlau gibt, aber auch die Möglichkeit, die kleinen Belüftungsfenster hier zu öffnen und dann auch noch ein bisschen Frischluft. So, und dann haben wir jetzt die Möglichkeit und diesen Steller ganz einfach bis zu zwei Metern Höhe auch zu gehen. Und jetzt klappen wir einfach die Seitenfenster wieder hoch. Dann haben wir natürlich einen tollen Sonnenschirm. Und was mir hier besonders gefällt, ist, wie klein und kompakt der zu transportieren ist. Innerhalb von einer Minute zusammenklappen, beide Teile auseinander, können wir ihn in dieser kleinen blauen Tasche hier einpacken und dann ganz bequem wieder nach Hause mitnehmen und sich auf den nächsten Badetag freuen. Und jetzt sowas, also hier, wirklich Dankeschön, Badeinsel, aufpassen, wenn jemand nebendran steht, aber Badeinsel und Sonnenschirm für diesen Preis ist einfach enorm und die Nachfrage ist riesengroß online. Und deshalb nochmal, möchten wir Ihnen das auch im TV vorstellen, ist auch nicht mal, wenn man Baggersee geht, ich glaube auch, wenn man einen Garten hat und da man in die Sonne liegen will, in den letzten Tagen war das so, dass man geflüchtet ist. Und wenn man da nicht irgendwo große Bäume stehen hat, die Schatten werfen, dann ist das hier die perfekte Alternative. Da sehen wir die Heringe, alles im Lieferumfang enthalten, das Gestänge, sehr stabil, sehr leicht aufzubauen aus Metall. Und jetzt natürlich diese Seitenbände und das macht eben aus dem Sonnenschirm im Handumdrehen eine Muschel, kann man da sagen. Und dann sehen Sie, sehen Sie dann nochmal diese, diese Fenster, die ich gerade angesprochen habe, gerade jetzt über dem Kopf von Diana auf beiden Seiten. Und das ist auch sehr intelligent gemacht, denn natürlich kann es hier drunter einen Hitzestau geben. Und dann sorgen Sie praktisch für die Durchlüftung, ohne dass Sie Angst haben müssen, dass da jetzt irgendwelche Schnaken wieder durchfliegen oder ähnliches. Das schützt natürlich dieses Netz, also auch das wirklich perfekt durchdacht. Der Preis 27,54 Euro und das ist ja so ein Highlight. Das kauft man sich einmal und dann hat man eben seine Strandmuschel oder seinen Sonnenschirm. Und ich glaube, gerade für Eltern mit Kindern ist das wichtig. Oder auch, wenn die Oma mal mit dem Enkelchen ins Schwimmbad oder an den See geht, ja, nicht permanent in der prallen Sonne. Die ist so aggressiv und wir sind noch weit vor dem Sommer, heute an vielen Orten Deutschlands 37 Grad. Was wird das für ein Sommer? Wir wissen es nicht, aber ein bisschen Sonnenschutz sollte man haben. Sie beachten mit Sicherheit auch bei der Sonnencreme drauf. Oftmals 30 plus, 50 plus. Hier haben wir Sonnenschutzfaktor, also UV-Abhaltung von 50 plus. Das ist das, was wir brauchen, damit wir drunter nicht auch noch einen Sonnenbrand bekommen. Sie haben das vielleicht mal gesehen bei den günstigen Sonnenschirmen, die lassen die UV-Strahlung voll durch. Man hat zwar ein bisschen Wärmeabschirmung, aber keinen Schutz vor den doch aggressiv werdenden UV-Strahlen. Das ist hier anders. Das ist für mich der perfekte Sonnenschirm, Schrägstrich Strandmuschel. Und Sie können sich nach Hause holen, ist natürlich sofort lieferbar. Unser Online-Bestseller des Tages hat die Bestellnummer NX6482 und die 569. Hier sehen Sie, zwei Meter Durchmesser, zwei Meter Höhe und runtergelegt natürlich eine riesen Schattenfläche, in der man sich dann auch in der größten Hitze wegweb machen kann. Nochmal der Preis, 27,54 Euro. So, Kind, pack mal zusammen. Wir gehen jetzt wieder heim. Einfach die zwei auseinandernehmen, zusammenklappen in die Tasche rein. Ja, Kind will noch da bleiben. Also gut, zehn Minuten noch, aber dann geht's heim. Und Papa will noch was im Garten machen. Also, Sie gehen jetzt bitte ans Telefon und packen ihn dann aus und schaffen sich Ihre Schatteninsel, wo immer Sie sie haben möchten. Und dann wünschen wir Ihnen viel Spaß damit. Komm, Papa. Komm, Mama. Komm, Mama.